Hallo zusammen! Heute rechnen wir gemeinsam die Abschlussprüfung 2021 für Realschule Baden-Württemberg vom Teil B der Aufgabe 2a. Aufgabe 2a erster Teil. Der Punkt a mit minus 4 minus 1 liegt auf der Parabel p1 mit der Funktionsgleichung y ist gleich x hoch 2 plus bx plus 7. Die Gerade g schneidet die Parabel p1 im Punkt a und im Scheitelpunkt s1. Berechnen Sie die Funktionsgleichungen der Parabel p1 und der Geraden g. Das hier ist meine Funktionsgleichung der Parabel. Der Punkt a liegt auf der Parabel. Setze also a in die Funktionsgleichung ein, da a auf der Parabel liegt. Für y setzen wir die y-Koordinate minus 1 ein und für x überall die x-Koordinate minus 4. Das Ganze schaut wie folgt aus. Und jetzt minus 4 zum Quadrat. Minus 4 mal minus 4 ergibt plus 16 und b mal minus 4 ergibt minus 4b. Das kann ich zusammenrechnen. 16 plus 7 ergibt 23. B soll alleine sein. Die 23 muss auf die linke Seite. Hier steht eigentlich ein Plus. Ich rechne also das Gegenteil auf beiden Zahlen minus 23. Minus 1 minus 23 ergibt minus 24. B soll alleine sein. Dazwischen ist eigentlich ein Malpunkt. Ich rechne also das Gegenteil. Ich rechne geteilt durch minus 4. Minus 24 geteilt durch minus 4. Minus geteilt durch minus ergibt plus und 24 durch 4 ergibt 6. B ist also der Wert 6. Und diesen Wert b setze ich jetzt in die Funktionsgleichung ein. Hier für b also den Wert 6 einsetzen. Und damit habe ich die Funktionsgleichung meiner Parabel p1. Als nächstes berechne ich den Scheilpunkt S1 mit Hilfe der quadratischen Ergänzung. Zur quadratischen Ergänzung habe ich ein extra Erklärvideo gemacht. Jetzt mache ich es im Schnelldurchlauf. Als erstes schreiben wir die Funktionsgleichung hin und die Zahl ohne x ein bisschen weiter nach rechts. Jetzt brauche ich von der Zahl vor dem x die Hälfte. Die Hälfte von 6 ist 3. Und das muss ich im Quadrat hinzufügen und im Quadrat abziehen. Dann mache ich eine Klammer um die ersten drei Zahlen. Und rechne hier weiter. Das hoch 2 bezieht sich nur auf die 3. 3 hoch 2 ist ja 3 mal 3, also 9. Und das Minus übernehmen. Jetzt kann ich in der Klammer hier die erste binomische Formel anwenden. Die geht wie folgt. Das erste ohne das hoch 2. Das Plus und das letzte ohne das hoch 2. Dafür das hoch 2 außerhalb der Klammer. Und Minus 9 plus 7 ist Minus 2. Jetzt kann ich den Scheitel ablesen. Die x-Koordinate ist immer die Zahl in der Klammer, allerdings mit umgedrehtem Vorzeichen, anstatt Plus 3, also Minus 3. Die y-Koordinate ist immer die Zahl hinter dem hoch 2, hier in dem Fall Minus 2. Ich berechne jetzt die Geradengleichung. Die Gerade g geht durch die Punkte a und s1. Ich berechne die Steigung m der Geraden mit folgender Formel. Die Steigung ist y-Koordinate des einen Punktes minus y-Koordinate des anderen Punktes durch x-Koordinate des einen Punktes minus x-Koordinate des anderen Punktes. Die y-Koordinate von s1 ist Minus 2. Die y-Koordinate von a ist Minus 1. x-Koordinate von s1 ist Minus 3 und x-Koordinate von a ist Minus 4. Das setze ich jetzt alles ein. Dann rechne ich. Minus und Minus gibt Plus, also Minus 2 plus 1 ist Minus 1. Minus und Minus gibt wieder Plus. Minus 3 plus 4 ist Plus 1. Minus 1 durch 1 ergibt Minus 1. Ich setze jetzt m gleich Minus 1 und einen der beiden Punkte, ich nehme einfach mal den Punkt a in die allgemeine Geradengleichung ein. Für y die y-Koordinate Minus 1, für m setze ich Minus 1 und für x setze ich Minus 4 ein. Das Ganze schaut wie folgt aus. Minus 1 mal Minus 4 ergibt Plus 4. b soll alleine sein. Die 4 muss auf die linke Seite. Hier steht eigentlich ein Plus, ich rechne also das Gegenteil auf beiden Seiten Minus 4. Minus 1 Minus 4 ergibt Minus 5 für b. Ich setze jetzt m gleich Minus 1 und b gleich Minus 5 in die allgemeine Geradengleichung ein. Für m also hier Minus 1 und für b hier also Minus 5. Und Minus 1x kann ich auch einfach schreiben als Minus x. Und das hier ist meine Geradengleichung. Zweiter Teil. Durch Spiegelung des Scheitelpunktes S1 an der y-Achse entsteht der Punkt S2. S2 ist der Scheitelpunkt einer nach oben geöffneten verschobenen Normalparabel P2. Geben Sie die Funktionsgleichung von P2 in der Form y ist gleich ax hoch 2 plus bx plus c an. Schauen wir uns an, was bei der Spiegelung passiert. Wir spiegeln den Punkt S1 an der y-Achse und wir erkennen, aus der x-Koordinate Minus 3 wird die x-Koordinate Plus 3. Die y-Koordinate Minus 2 bleibt allerdings gleich. Also aus Minus 3 Minus 2 wird Plus 3 Minus 2. Wir setzen jetzt den Punkt S2 in die Scheitelpunktform ein. Das ist diese hier. Die x-Koordinate des Scheitels ist eben 3. Die y-Koordinate des Scheitels ist minus 2. Hier haben wir die zweite binomische Formel. Die geht wie folgt. Das vordere zum Quadrat minus 2 mal das vordere mal das hintere plus das hintere zum Quadrat. Und Plus und Minus ergibt Minus. Dann x hoch 2 bleibt minus 2 mal 3 ist 6 und das Ganze mal x, also Minus 6x. 3 zum Quadrat ist 3 mal 3, das ergibt 9 und die Minus 2 übernehmen. Und 9 Minus 2 ergibt Plus 7. Das hier ist die Funktionsgleichung der Parabel P2. Dritter Teil. Der Schnittpunkt der Geraden g mit der y-Achse ist der Scheitelpunkt S3 der Parabel P3. Die Parabel P3 der Form y ist gleich ax hoch 2 plus c geht außerdem durch die Scheitelpunkte S1 und S2. Berechnen Sie die Funktionsgleichung der Parabel P3. Zuerst berechnen wir S3. Das hier ist meine Geradengleichung. Entweder ich zeichne die Gerade ein, dann kann ich ablesen, der Punkt S3 ist bei der x-Koordinate 0 und bei y-5. Oder die Zahl ohne das x ist mein y-Achsenabschnitt, wo also die Gerade die y-Achse schneidet, hier am Punkt Minus 5. Und da die y-Achse ja weder nach links noch nach rechts verschoben ist, hat sie die x-Koordinate 0. Mein Punkt hat also die Koordinaten 0 und Minus 5. Wir haben jetzt S3 berechnet. Wir benutzen die Scheitelpunktform, da ihm der Scheitel S3 gegeben ist. Das hier ist die allgemeine Scheitelpunktform. Wir setzen jetzt den Punkt S1, werden auch S2 nehmen können und den Scheitel S3 ein, da beide auf der Parabel liegen. Für y die y-Koordinate des Punktes Minus 2. Für x die x-Koordinate des Punktes Minus 3. Für xs, das ist die x-Koordinate des Scheitels, also 0. Und ys ist die y-Koordinate des Scheitels, Minus 5. Das setzen wir ein. In der Klammer Minus 3 Minus 0 bleibt Minus 3 übrig. Und Plus und Minus ergibt Minus. Minus 3 zum Quadrat ist Minus 3 mal Minus 3. Das ergibt Plus 9. a mal 9 kann ich auch schreiben als 9a. a soll alleine sein. Die Minus 5 muss auf die linke Seite. Anstatt Minus rechnen wir das Gegenteil auf beiden Seiten Plus. Minus 2 plus 5 ergibt 3. a soll alleine sein. Dazwischen ist ein Malpunkt. Ich rechne also das Gegenteil auf beiden Seiten geteilt durch 9. 3 geteilt durch 9 ergibt 1 Drittel für a. Wir setzen jetzt a mit 1 Drittel und den Scheil S3 in die Scheilpunktform ein. Für a den Wert 1 Drittel, für x die x-Koordinate des Scheils also 0 und y-Koordinate des Scheils minus 5. In der Klammer das Minus 0 fällt weg. Ich habe hier also noch x hoch 2 und Plus und Minus ergibt Minus. Und das hier ist die Funktionsgleichung der Parabel P3. Hat euch mein Video geholfen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal an eure Klasse und Freunde weiterempfehlen würdet. Vielen Dank und bis bald. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.